Auf dem modernen Dating-Markt herrscht eine ziemliche Schieflage zu Ungunsten der Männer. Für Männer ist es offenbar viel schwerer, jemanden kennenzulernen als für die Frauen. Und ja, es ist klar, es gibt verschiedene potenzielle Faktoren, warum es Männer schwerer haben, eine Frau kennenzulernen. Nummer 1 sind die Dating-Apps und dass Attraktivität für Frauen bei den Männern eine grosse Rolle spielt, zeigen auch sie. Es ist kein Vergnügen, auf solchen Apps unterwegs zu sein, jedenfalls nicht, wenn man ein Mann ist. Ein Grossteil der Männer kriegt kein Interesse vom Grossteil der Frauen. Und es ist wirklich ein interessantes Phänomen. Viele Frauen daten offenbar, optisch gesehen und bei Tinder, nicht in ihrer Liga. Selbst wenn sie durchschnittlich attraktiv sind, suchen sie nach Männern vom Format eines Brad Pitt. Ja, und das hat dann zur Folge, dass einige wenige Männer die meisten Frauen abkriegen und die Mehrheit geht dann leer aus.